Artikel 302 Die Ausbreitung der roten Seuche 1965 Kennedy hatte Anfang der 1960er Jahre im Rahmen seiner entschiedenen Reaktion auf die provokative Stationierung von Atomraketen auf Kuba, nur wenige Kilometer vom Territorium der USA entfernt, klargemacht, dass jedwede militärische Aggression auf den Westen, auf die USA ohnehin, mit entschiedener militärischer Rückantwort begegnet werden würde. Dies zeigte den Sowjets, dass eine militärische Eroberung der Welt unter dem Banner des Kommunismus nicht mehr möglich war. Vermutlich erkannten die roten Führer in Moskau, dass sie die Weltrevolution, die Ausbreitung ihrer roten Seuche über die gesamte Welt mit reiner Waffengewalt nicht erreichen konnten, da insbesondere die Amerikaner lieber tot als rot waren. Aber man wollte freilich nicht so leicht aufgeben, vermutlich wurde nach anderen Wegen gesucht, den Westen zu besiegen. Und es zeigte sich, dass man möglicherweise die in Westeuropa aufkommende Jugend gegen Kultur, geprägt durch die Musik der Beatles und anderer Vertreter des Swinging London, ein fruchtbarer Grund sein konnte, auf dem die rote Saat ausgestreut werden konnte. Man plante, den Westen nicht zu besiegen, sondern zu infiltrieren, auszuhöhlen und unmerklich zu übernehmen. Offenbar entschied man sich im Ostblock für einen asymmetrischen Krieg gegen den verfeindeten freiheitlichen und demokratischen marktwirtschaftlichen Westen. Aufgrund des freiheitlicheren Systems im Westen war es dem Ostblock schon immer gut gelungen, kommunistische Agenten in den Westen zu schicken, um dort in entscheidenden Positionen in Regierungen, aber auch sogar in der NATO zu etablieren. Offenbar musste man über diesen Weg auch den Endsieg des Kommunismus ins Werk setzen. 1967 Also begann man damit, radikale und gut ausgebildete Agitatoren in den Westen zu schicken, die dort gezielt Unruhe stiften und die westliche Politik in Zweifel ziehen sollten. Sie sollten die naive Jugend mit ihrem ihr innewohnenden naiven Gerechtigkeitssinn aufwiegeln und benutzen und mit den erprobten linken Lügen die Jugend auf ihre Seite bringen. Mit ihrer vorgeschobenen Pseudo-Gerechtigkeitsphilosophie, ihren Zielen von angeblich Weltfrieden und Gerechtigkeit unter den Völkern, also mit den letztendlich alten Lockvögeln und Plattitüden des Kommunismus, versuchte man also besonders die maßgebliche Jugend in den Hochschulen im Westen vom rechten Weg abzubringen und nach Sitte der Satanisten mit falscher Lehre zu verwirren und so auf die eigene rote Linie zu bringen. Die inzwischen in den USA durch den Mord an Kennedy an die Macht gekommenen Kriminellen, das mutmaßlich von denselben Hintermännern finanzierte NWO-Pack, namentlich Bush, Nixon und Ford, die zwischenzeitlich völkerrechtswidrige, widerliche Kriege etwa in Vietnam führten, bereiteten gleichzeitig einen guten Nährboden für die weltverbessere Ideen der roten Agitatoren. Einschub. Man muss sich hier die Frage stellen, ob diese beiden Phänomene eigentlich zusammengehören. Denn die Finanziers beider Seiten, der Kommunisten im Ostblock wie der Neokommunisten der NWO, zu denen Bush und Co. gehörten, waren in beiden Fällen tatsächlich dieselben. Hatten also doch in gewisser Weise die Kommunisten Kennedy beseitigt? Nun, in ihrer Inkarnation der NWO-Neokommunisten in Form der Bushs der Dulles-Brüder wohl durchaus. Und so war es ein leichtes, eine angebliche Friedensbewegung im Westen zu provozieren, die sich gegen den Vietnamkrieg, gegen die Machenschaften des Westens in Persien und anderswo auf der Welt richtete und in ihrer selbstgerechten und naiven Jugendattitüde glaubten, sie könnten die Welt verändern, indem sie den kommunistischen Agitatoren auf den Leim gingen. Scharfmacher wie in Deutschland Rudi Dutschke wiegelten insbesondere die intellektuelle Elite des Landes, die jungen Studenten in den Hochschulen, gegen den Status quo auf, was alsbald die linke, rote, sogenannte 68er-Bewegung verursachte. 1975. Freilich wurden die aufgewiegelten Jugendlichen an den Universitäten irgendwann fertig mit ihrem Studium. Und was wurde dann aus ihnen? Sie blieben freilich radikalisiert. Nun wurden sie aus dem Studium entlassen hinaus in die Welt, in ihre Berufe. Und nicht selten war dies der Beruf des Lehrers. Wir müssen also davon ausgehen, dass etwa ab 1975 vermehrt an deutschen Schulen Lehrer unterrichteten, die der linken, roten, kommunistischen Agitation des Ostblocks auf den Leim gegangen waren und aus reiner Dummheit dieser Gutmenschenwelt sich niemals wieder abgeschworen hatten. Auch nicht nach ihrem Studienabschluss. Und auch nicht bei ihrer Vereidigung als Beamte und damit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet. Und wie es alle religiösen Verwirrten zu tun pflegen, so meinten auch diese Lehrer, ab den 70er-Jahren und frühen 80er-Jahren an den Schulen die Kinder mit ihren falschen und kranken Ideen infizieren zu müssen. Hier kommt dann noch ein zweites Element hinzu, warum diese Strategie der Kommunisten im Westen in Deutschland auf besonders fruchtbaren Boden fiel. Die Kommunisten bedienten sich eines seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland von den Juden etablierten psychologischen Hebels, jenes Schuldkultes um einige Vorgänge während des Dritten Reichs. Die Deutschen waren mehr und anders als alle anderen Völker seit mehr als zwei Jahrzehnten darauf konditioniert, sich als die Bösewichter der Geschichte beschimpfen zu lassen. Im eigenen Land, aus den eigenen Medien, tagtäglich. Daher resultierte eine an krankhafte Selbstzerstörung erinnernde falsche Toleranz gegenüber diesen radikalen linken Ideen. Denn auch sich gegen diese zu stellen und dagegen zu argumentieren, wurde schnell mit dem Totschlag-Argument des Jahrhunderts mit Nazi belegt und damit der Weg geebnet, dass die schweigende Mehrheit, also die Mehrheit, die den Nazi-Maulkorb umgebunden bekommen hatte, diese schleichende Unterwanderung mit roter Ideologie hinnahm, statt sie frühzeitig zu beenden. 1985. Bezeichneterweise waren bereits 15 Jahre später mindestens die Hälfte aller Lehrer an Gymnasien von der roten Seuche befallen. Freilich vor allem in denjenigen Schulfächern besonders, in denen eigenständiges, klares Denken nicht gefordert wurde, also in Fächern wie Deutsch und Geschichte, Kunst und Sport und ähnlich gelagerten Fachbereichen. Weniger vertreten freilich waren diese linksroten Kandidaten in den naturwissenschaftlichen Fächern wie Physik, Mathematik oder Chemie, wo klares und eigenständiges Denken gelehrt und auch gelebt werden muss. In diesen Fächern war es viel schwieriger, eine entsprechende Geisteshaltung unterzubringen, respektive sie auch im Unterricht zu vermitteln, weil die rote Seuche nun mal keine eigene Mathematik und keine eigene Chemie unterhält. Und so, wiederum etwa zehn Jahre später, ab 1985, gelang es freilich auch einigen jener verseuchten Roten in der Universität Karriere zu machen. Rot und links zu sein, hatte es inzwischen geschafft, sich als Avantgarde zu etablieren, mindestens als Mode. Der Spruch, wer als Jugendlicher nicht links ist, hätte kein Herz und anderer Blödsinn. machten die Runde und beeinflusste die Menschen auf mieseste und manipulativste Weise. Und so blieb es nicht aus, dass solche roten Subjekte schließlich auch auf Lehrstühle kamen und als Professoren die neuen Studenten nun ganz offiziell mit ihrer kranken linken Ideologie und ihren linken Lügen zu infizieren begannen. Und mit absoluter Sicherheit schloss von da an Konformität zu diesen linken Lügen nicht allein die Unterrichtsinhalte an den Hochschulen ein, sondern auch die Prüfungsabnahme. Will sagen, wer sich offen gegen diese sich nun an den deutschen Hochschulen etablierende linke Ideologie wandte, wurde nicht etwa als Andersdenkender akzeptiert, sondern strikt nach der linken Religion durch schlechte Prüfungsleistungen und durch Verweis von der Universität ausgesondert. Bereits damals begannen die ideologischen Säuberungen auf unterer Ebene. 1989 Und nur fünf Jahre später löste sich dann 1989, man könnte unter dieser zeitlichen Abfolge beinahe meinen, wie passend, plötzlich und unerwartet die DDR und mit ihr der gesamte Ostblock auf. Überall wurde das Märchen verbreitet, der Westen hätte gesiegt, hätte den unterlegenen Ostblock in die Knie gezwungen, die Menschen im Westen wären von Anfang an auf der richtigen Seite gewesen, wären nun die rechtmäßigen Sieger in diesem Wettstreit der Weltbilder und Gesellschaftssysteme. Und der Osten hätte einfach verloren und aufgegeben. Doch bereits an anderer Stelle in Artikel 101 die Verlierer, schrieb ich, religiöse Dschihadisten und nichts anderes waren die Kommunisten des Ostblocks, geben niemals auf. Denn sie glauben ihre Irrlehre im religiösen Sinn und verfechten sie bis in den Tod. Doch die braven und rechtschaffenden Bürger im Westen wollten glauben, dass ihr richtiges, ihr freiheitliches, ihr demokratisches System am Ende zurechtgesiegt hatte und das falsche, kriminelle, das ausbeuterische und unterdrückende Sklavensystem, das ihre Sklaven, also jenen sozialistischen Menschen einsperrte, umerzog und mit psychischer Gewalt unterdrückte, verloren hatte und nun auf den Müll der Geschichtsbücher wandern würde. Und das zurecht. 1990, doch bereits ein Jahr nach der sogenannten Wende, der sogenannten Wiedervereinigung, wurde exakt am ersten Jahrestag jenes deutschen eigentlichen Freudenfestes der designierte Nachfolger von Wiedervereinigungskanzler Helmut Kohl, nämlich Wolfgang Schäuble, Opfer eines miesen Messerangriffs, einer Attacke, freilich eines verwirrten Einzeltäters, der ihn zwar nicht tötete, aber in den Rollstuhl zwang. Ende mit Thronfolger. Und an die Stelle dieses Thronfolgers von Helmut Kohl zwängte und drängelte sich dann eine Frau aus dem Osten, aus der DDR, eine im Nachhinein höchst verdächtige Koinzidenz. Und diese Frau schmuggelte und mithilfe der Stasi-Akten mutmaßlich erpresste sich in die obersten Reihen der bedeutendsten konservativen Partei im Westen, der CDU. Und dort begann sie ihr zerstörerisches Werk mit Lüge, Betrug, Erpressung und Demontage, siehe auch Artikel 53, Abrisskommando Merkel von 2010. 1999. Mittlerweile in den inzwischen vergangenen zehn Jahren seit der sogenannten Wiedervereinigung, seitdem also eine Unzahl an kriminellen kommunistischen Agitatoren, Stasi-Mitarbeitern, ausgebildete und unterwiesene Kommunisten, tausende Weltrevolutionäre und Feinde des westlichen marktwirtschaftlichen Systems sich in Deutschland frei bewegen konnten und nicht zuletzt aufgrund einer durchaus aus Sicht des Westens sinnvollen und freundlich gemeinten Willkommenskultur für die Landsleute aus dem Osten im Westen auch in viele wichtige Positionen eingelassen wurden. Letztlich, um diese unselige deutsche Teilung doch möglichst schnell vergessen zu machen und die neuen deutschen Bürger möglichst schnell in ihr neues Land und in ihr neues System zu integrieren, stellte man überall auch an den Universitäten und Lehrstühlen, in Wirtschaftsunternehmen und vor allem in den Ämtern und Städten, in den Kommunen und Verwaltungen begeistert ehemalige DDR-Bürger ein, man möchte meinen, einigermaßen unkritisch. Und all das schien aber rein zufällig so zu geschehen. Ob dem so war oder all das einem Masterplan folgte, ist momentan aus heutiger Sicht schwer zu sehen. Doch es fügte sich vieles aufs Unglücklichste zusammen, was nie zusammengehörte. In den Medien hatte sich mittlerweile die rote Seuche, die seit etwa zwei Jahrzehnten aus den Schulen und Hochschulen quoll, inzwischen etabliert. Jedes Jahr mehr wurde einseitige, radikale, linke Propaganda statt Berichterstattung statt sachlichem Journalismus aus den Medien auf die Menschen ausgekotzt. In den Schulen wurden mehr und mehr Lehrer ausgebildet und in die Welt entleert, die mit linker Ideologie und linken Lügen infiziert waren und in einem bisher nicht gekannten, niederträchtigen Ausmaß beabsichtigten Kinder bereits in Schulen und Gymnasien mit ihren Lügen zu traktieren und zu infizieren. Zeitgleich wurde Helmut Kohl und mit ihm viele seiner Getreuen durch eine sogenannte Spendenaffäre gewaltsam entmachtet und diese Frau aus der DDR, diese kommunistische Agentin, setzte sich an seine Stelle. Unterstützt von den linksradikalen Journalisten in den Medien, freilich unterstützt von den linken, antideutschen, pro-Israel Medien und Organisationen wie diesem sogenannten Nachrichtenmagazin wie dem Spiegel, die in Wahrheit reine Propagandablätter sind, sowie gestützt von allerlei sogenannten Experten aus den Medien, die sich dort als Professoren in ihrer gestörten Fachkundigkeit interviewen ließen, um das Volk zu verdummen und mit ihren Lügen weiter zu verseuchen. 2015. So braute sich ein Gebräu zusammen, das sich dann weitere zehn Jahre später als das entpuppen sollte, als dass es von Anfang an 50 Jahre zuvor geplant und begonnen wurde, der Versuch, die rote Seuche auch im Westen zu etablieren. Nun befiel dieses Virus nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa und nicht nur Europa, sondern sogar die USA selbst. Überall schossen wie Giftpilze Organisationen aus dem Boden, die in übelster Weise, teils sogar gewalttätig, linke Ideologie auf allen Ebenen versuchen durchzusetzen. Der Klassenkampf des scheinbar bereits geschlagenen Ostblocks war im Westen angekommen und sorgte für, wie konnte er es auch anders, er hatte nie etwas anderes getan, für enormen Schaden. Nur die ehemaligen Staaten des Ostblocks freilich, Ungarn und Polen, die Tschechei und die Ukraine und freilich Russland und auch die Länder der ehemaligen DDR, wehrten sich gegen diese feindliche Übernahme. Sie kannten die rote Seuche lange genug. Sie hatten genug von Bevormundung, Gängelung, Sklaventum, Lügenmedien, Psychoterror, Umerziehung, Stacheldraht und Mauern, die sie einsperren sollten in ein graues, rotes Gefängnis. Doch die Menschen sind freilich nicht so dumm, wie die Roten immer glauben. England sagte sich los und wählte einen Ministerpräsidenten des konservativen Lagers. Die USA wählten Donald Trump und in Russland regierte schon lange Wladimir Putin, alles Verfechter einer vernünftigen, konservativen, marktwirtschaftlichen, freiheitlichen Vernunftpolitik. Wir werden sehen. Aber eines ist offensichtlich, wir sind mittendrin in diesem Religionskrieg der Guten, der Freiheitlichen gegen die Bösen, die rote Seuche der Satanisten. Lesen Sie dazu auch. Und siehe, ich sende euch wie die Wölfe unter die Schafe. Der Ostblock hat seine indoktrinierten Dschihadisten des Kommunismus über den Westen ergossen. Und nun, drei Jahrzehnte der Vermischung später, zeigt sich das Ergebnis. Klassenkampf, Extremismus, ein kriminelles Aufbegehren linker Ideologie. Nur ein Zufall? Zu finden in Gedankenspiele 13. Und lesen Sie auch Faschismus, Kommunismus. Die New World Order ist der neue Kommunismus. Nicht umsonst wurde sie am 11. September 1990, also kurz nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, erstmalig erwähnt und auf den Tag genau elf Jahre später begonnen umzusetzen. Diese New Zionist World Order steht für nichts anderes als Versklavung der Menschheit nach kommunistischem Schnittmuster. Zu lesen in Gedankenspiele 8. Und lesen Sie auch die Verlierer. Der Ostblock und der Kommunismus hat den kalten Krieg gegen Cowboy Ronald Reagan im direkten Duell um 12 Uhr mittags verloren. Gorbi hat geblinzelt und das war's. So oder so ungefähr war es doch, oder? Oder war es ganz anders? Ist das nur das, was uns verkauft wurde? Zu finden in Gedankenspiele 4.